Wir sehen jetzt hier eine sehr krasse Person, und zwar den lieben DDoS FKB, FKB, also der Crane-Clone. Sagt eigentlich schon alles, aber er hat auf jeden Fall Ahnung, wie man ein Video anhält. Dann können wir mal den Schoolnights-Vergleich schicken. Sieht schon ein bisschen anders aus, aber naja, wenn man halt, es gibt immer ein paar Probleme, und wenn man halt nicht mal ein Video anhalten kann, ist das halt so. Also warte, er hat bei 9,43 gesagt. Bei 9,43, warte. Wo kann man das am besten nicht stoppen? Am besten müsste ich das eigentlich in Zeitlupe machen. Wo bekomme ich, warte, hier in Zeitlupe, und hier bekomme ich den Hit. Warte, also ich weiß jetzt gar nicht, wo er es genau gestoppt hat. Schau mal das nochmal an. Entschuldige jetzt die scheiß Quali, das liegt an dem Windows Media Player. Der rendert das irgendwie immer so ziemlich scheiß Quali. Dann können wir mal gucken, bei 9,43 war das der Hit. Ich glaube, hier hat er den einfach gestoppt. Ja, ich glaube, das ist sogar die Szene. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja noch niemals gedacht, hätte. Also hier. Hier bekomme ich den Hit. Hier bekomme ich noch einen Hit auf ihn. Hier. Das ist alles noch komplett normal. Hier bekomme ich den Hit auf ihn, und er stoppt es. Hier unten. Alter, ist... Hä? Guckt euch den Screen mal an. Er stoppt es hier bei 9,43, wo ich schon längst weg bin, das Knock bekomme. Und jetzt gucken wir uns mal das Original an. Dann sehen wir nämlich, ich bekomme hier einen Hit. Hier bekomme ich den nächsten Hit. Hier ist er nicht rot, hier ist er direkt wieder rot. Das heißt, genau hier ist der Hit. Ihr habt gesehen, wie er kurz nicht rot geworden ist, und jetzt direkt wieder rot. Das heißt, hier ist der Hit. Hier bekomme ich das Knock, und man sieht die Partikel noch, und deswegen stoppt er den Hit erst hier. Ich meine, erstens, wie kann man einfach nur so dumm sein und ein Video nicht richtig stoppen können? Das ist jetzt nicht allzu schwer, weil ich bekomme hier den Hit, und hier den Hit. Da hat man kurz gesehen, dass der Kreuz nicht rot war, und dann wieder rot war. Ähm. Und dann stoppt er das hier. Oh! Er wird eine Millisekunde danach nicht mehr rot. Hm, bestimmt gehe ich dieses Rot nur ein paar Millisekunden, oder? Alter, Mann. Und das fuckt mich in letzter Zeit ab. Ich kann euch einmal kurz von meinen ganzen Banns auf Gomme erzählen. Ich war insgesamt sechsmal auf Gomme gebannt, ähm, und ich erzähle euch jetzt warum. Und viele Leute denken immer, weil ich jetzt vor, ich weiß gar nicht, dass es einen Monat her oder so, auf Gomme gebannt war. Ähm. Ich will euch mal was sagen. Es gab nur einen Bann, wofür ich wirklich, wegen der Vermutung, wegen Hacking gebannt wurde. Der Bann, der da war, der war, ähm, äh, der war ja nicht berechtigt. Also das war, äh, meins war Hacking, er hat aber keine Beweise geschickt und dieser Mod wurde auch aus dem Team geschmissen. Und Sauros hat direkt gesagt, äh, direkt gesagt, hey, du bist im Bann oder sowas. Da musste ich gar nicht mit dem schreiben, aber wenn Leute das nicht checken. Da gibt es auch noch ein Video von Moss, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, auch so ein 15k-Youtuber. Ähm, Moss oder irgendwie sowas. Das stimmt auf jeden Fall öfters mal. Da kann ich euch ein Video von dem verlinken, der hatte auch mein Video angesprochen. Ähm, der hat nämlich da auch, wurde von diesem Mod auch belogen. Und, ähm, dass ich damals vor einem Monat gebannt wurde, liegt nicht daran, dass, ähm, die dachten, dass ich hacken, 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 sondern dass ein Mod portalisch reagiert hat. Der Mod hat auch Leute angelogen. Der Mod hat Leuten auf Dacken, der ist mit DDoS gedroht. Und der hat nämlich gefailbarnt, ohne Beweise. So, das heißt, ich wurde nur einmal, bis jetzt wirklich, äh, auf dem Verdacht wegen Hacking gebannt. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Ähm, ich sehe auch gar nicht Interessanten mehr. Das ist, also von wem das ist. Das war vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, wo ich One-Click-Bridge gemacht hatte. Also das Jitter-Bridge, also dieses typische Fast-Bridge mit One-Click, was so schnell, äh, was schneller ist. Ähm, das war damals halt noch nicht bekannt. Und da musste ich ihn einfach nur ein Video schicken mit Handcam, ähm, wie das geht. Habe ich ihn alles geschickt mit Handcam, wie das mit One-Click alles geht. Ähm, da war alles gut. Also, nur weil das halt noch nicht so bekannt war, musste ich ihn einfach nur beweisen, dass das alles legit ist. Ähm, ist auch alles gut. Und der dritte Bun war, ähm, also ich erzähle jetzt erstmal die dritte. Drei Bands für Hacking auf, der dritte Bands für Hacking war, da habe ich auch alles aufgenommen. Also da habe ich volle 50 Minuten durch aufgenommen, dass man sieht, dass ich da mit dem Alt mich ein, ähm, nicht mit dem Alt mich einlogge, sondern ich habe mal bei Amorelie mit einem Account, der hieß Lego-Man-irgendwas ausgeholfen. Ähm, also dort habe ich mal einfach in den CWs bei denen ein bisschen ausgeholfen. So ist es fun. Und ja, mit diesem Account, äh, habe ich durch Tried-of-Comments schon. Das alles habe ich auch 50 Minuten auf Aufnahme. Jetzt konnte ich den Comment-Team auch schicken, da wo ich gebannt wurde. Aber das haben die halt schon alles nachgeguckt, dass das wirklich auch richtig ist. Also, dass ich nur deswegen gebannt wurde, weil ich bin mit diesem Lego-Man, einem Account auf Gombegejoint, der war aber bereits gebannt. Danach bin ich halt mit Vemis, also das, da war ich auch noch für 6 Stunden oder so gebannt. Das hat, glaube ich, niemand überhaupt mitbekommen, außer wie ich auf Twitter da so einen kurzen Tweet gemacht habe, äh, Tweet gemacht habe, der ist auch noch on. Ähm, wie gesagt, äh, kleiner Fun-Fact, man war für 6 Stunden jetzt für Gombe permanent wegen Hacking gebannt. Ähm, das war, weil ich mit dem Account Lego-Man, der damals in Amorelie war, wo ich ausgeholfen bin, auf Gombegejoint wollte, der aber schon gebannt war. Dann bin ich, wollte ich mit Vemis joinen und der war halt auch automatisch für Hacking gebannt, weil es so ein automatischer IP-Bann war. Dann, das war halt einfach nur ein Fail dafür, aber da hat sich auch alles geklärt, da war ich auch wieder entbannt. Ähm, und deswegen wurde ich auf Gombe wirklich für Hacking oder so noch nie richtig gebannt. Und deswegen finde ich diese Gerüchte einfach, dass ich hacke oder sowas allgemein. Leute, erstens, wieso sollte ich hacken? Und da kommen immer solche Leute, solche richtigen Genies, wo ich auf Twitter sehe, die da irgendeinen Hit stoppen. Ich gucke mir das Video an, ich bekomme Knock und dann stoppen die erst den Hit. Wenn ich den Hit schon seit 0,7 Sekunden oder so habe, dann denke ich mir, Leute, man denkt doch mal ein bisschen nach und lernt immer, ein Video zu stoppen. Also ich wurde, wie gesagt, dreimal gebannt. Einmal wegen diesen, ähm, One-Click-Fast-Britzen, also das ganz normale Fast-Britzen mit One-Click oder Jeter-Britzen, wie man es genannt hat. Ähm, da musste ich nur kurz Beweis schicken, dass es geht, weil es halt noch nicht so allzu bekannt war. Dann einmal wegen dem parteiischen Mod, der auch keine Beweise oder so hatte, der mich einfach dann gebannt hatte, weil er parteiisch für Anon reagiert hat, der dann auch aus dem Team geschmissen wurde und alles. Und, ähm, das dritte Mal halt, wie gesagt, weil ich mit diesem Lego-Man-Account auf meinem Gejoint bin, der bereits gebannt war. Das habe ich übrigens auch alles aufgenommen. Also die vollen 60 Minuten, wie ich mich einlogge, wie ich dann da raufjoin, wie er schon gebannt war, dass man das auch alles sieht. Wie ich da vom Famous-On war, das habe ich alle 60 Minuten aufgenommen. Ähm, wer mir da jetzt nicht glauben will, also da habe ich alles komplett aufgenommen. Dann wurde ich noch einmal für Spawn-Trapping gebannt, für sieben Tage. Dann wurde ich 14 Tage für Bannumgehung gebannt, weil ich beim Spawn-Trapp ein Bannumgehung gemacht habe und ich dann mit einem zweiten Account gleich Mitte getrappt habe. Also, das war, glaube ich, so als Videoform, habe ich aber wieder runtergenommen. Da hatte ich mit einem zweiten Account gleich Mitte getrappt. Das ist auch alles so ein, zwei Jahre her schon. Ähm, also da habe ich mit einem zweiten Account gleich Mitte getrappt. Und, ähm, das hat als Video halt hochgeladen. Jetzt hier war das voll scheißegal. Dann wurde ich halt für 14 Tage für Bannumgehung mit Remus gewandt, weil ich halt Bannumgehung gemacht habe bei einem, äh, wegen Spawn-Trapping-Bann. Und dann habe ich noch einmal der sechste Bannumgehung, also einmal Bannumgehung wegen Spawn-Trapping, 14 Tage. Dann, ähm, sieben Tage für Spawn-Trapping. Dann, ähm, für Hacking, ähm, wurde ich nach zwei Tagen einmal wieder in Bann, wo das mit Jitterbütschen war. Der Mod da auch ein bisschen nicht reinfordert hatte an einem Tag. Da hatte ich einen Hacking-Porn und alles dann geschickt. Ähm, dann wurde ich nochmal für Hacking gebannt, weil ich mit Legoman draufgejumpen bin, in einem Account, der schon gebannt war. Ähm, das hat sich alles ganz schnell geklärt. Nach sechs bis zwölf Stunden war ich da wieder in Bann und dann halt noch einmal wegen dem Parteichen-Mod. Das dauerte sechs Tage oder so, bis er dann aus dem Team geschmissen wurde und mir auch so gesagt hat, hey, du bist wieder in Bann, sorry wegen den Unabnehmigkeiten. Und dann ein sechstes Mal wurde ich nochmal gebannt für Spawn-Trapping. Das verstehe ich bis heute noch nicht. Da wurde ich für sieben Tage für Spawn-Trapping gebannt. Hab dann, äh, gezeigt, dass alles taktisch ist. Und die haben dann gesagt, ja, okay, wir sehen einen, dass das taktisch ist. Also, äh, ist der Bannumgehung auf drei Tage verkürzt worden. Da verstehe ich das halt bis heute nicht, warum. Sie sehen, dass es taktisch ist, dass es taktisch war und nicht einfach nur Spawn-Trapping, aber den dann nur auf drei Tage verkürzen. Äh, das waren meine sechs Banns. Ähm, alle komplett unberechtigt von den Hacking-Banns. Wurde auch, äh, Bann, ich hab euch alles jetzt erklärt. Ähm, die Spawn-Trapping-Banns, einer davon war natürlich berechtigt. Der Bannumgehung-Bann für 14 Tage war auch berechtigt, weil ich für sieben Tage für Spawn-Trapping gebannt war. Und dann mit einem anderen Account das, äh, das ich im Gehen hab, hab ich aber seitdem nie wieder gemacht. Auch wenn ich irgendwie für diese Fails, also ich war ja einmal für, äh, fünf, sechs Tage auf Gombel gebannt, wegen, ähm, wegen, äh, wegen Hacking. Wo dieser Mod dann aus dem Team geschmissen wurde, weil er das ohne Beweise gemacht hat, komplett parteiisch reagierte. Und, ähm, allgemein hat dieser Mod einfach viel Scheiße gebaut. Er hat sich einfach nur ins Team, äh, äh, Team, ins Team reingelassen bekommen, keine Ahnung, äh, um da nicht Scheiße zu bauen. Und ja, dann wurde ich da auch noch sechs Tage gebannt, hab in der Zeit auch keine Bannumgehung gemacht. Wer es jetzt denkt, auch wenn ich wusste, dass ich wieder ein Bann werde und da man ungerecht, äh, ungerechtfertig ist, dann hab ich da auch keine Bannumgehung gemacht. Sonst mach ich allgemein nicht mehr. Ne, ich hatte jetzt für euch einmal deswegen gemacht. Aber, da seht ihr eigentlich, dass kein Bann wirklich bis jetzt berechtigt war, außer ein Bann für Spawn Trapping. Ähm, ja. Und da finde ich es einfach nur dumm, wie diese Leute, wie Dedoas FKB, ähm, ja, FKB, ne, Fischkoder Boys oder auch Fischfutter Boys, ähm, muss man eigentlich dafür sagen, die nicht mal richtig ein Video anhalten können. Starke Leistung. Ja, ich kann euch jetzt hier noch einmal so ein paar Videos schicken von irgendwelchen YouTubern, hab ich jetzt mal von Unge und von Koffingpads so noch so ein paar random Videos hingemacht, damit man sieht, wie einfach man einfach so ein Video stoppen könnte und dann sagen könnte, ja, da ist der entstanden und wie dumm dieser Dedoas FKB eigentlich ist. Schildmann, warte. Checkt Ungar auch. Hier. Schildmann, warte mal. Aber, das liegt bestimmt nicht daran, dass man falsch stoppt. Ach, hier stopp ich. Hier ist der Hit. Hier ist der Hit. Ihr seht, er ist rot. Hier ist genau der Hit. Der Screen beweist das. Hier ist der nächste Hit. Schon wieder sechs Blöcke. Dieser Screen beweist das. Das ist der nächste Hit. Das ist auf jeden Fall Raincheck. Ah. Danach kam kein Hit mehr. Ah, schade. Aber hier seht ihr auf jeden Fall, dieser Screen Shot zeigt nämlich genau, wann der Hit kommt. äckste Hand. Das ist schon sicher.